Jo Leute, morgen ist wieder Quiz Poker mit allen 5 von uns und das wird super nice, denn Amazon ist Sponsor und deshalb gönnen die einfach mal ein paar fette Preise zu Weihnachten an euch, denn ihr könnt ganz ganz viele Sachen gewinnen, unter anderem fetten Fernseher oder Gaming Monitor, ganz ganz viele andere Sachen noch, also einschalten lohnt sich und wenn ihr mal auschecken wollt, die Last Minute Angebote von Amazon, wenn ihr noch vor Weihnachten schnell was braucht, checkt mal hier aus, da gibt es ganz ganz viele Sachen, auch kurzfristig rabattiert. Vielen Dank.